Hey, verehrte Dame, ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. Eine Gelegenheit rumzuhalten! Eine Gelegenheit rumzuhalten! Ich mag klein aussehen, aber ich werde euch ganz schön wehtun, falls ihr versucht, mich zu bestehlen. Ich danke euch für euer Kommen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht 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 mehr tragen. Ich tage zu viel. 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 Ich tage zu viel.